Hallo, ich bin seit 2010, seit 14 Jahren bei DinkMIT dabei, als wir noch fünf Einrichtungen waren. Dabei habe ich schon sehr, sehr viele Teams kennenlernen dürfen und mitbegleiten dürfen, was für mich einfach ein riesiger Erfahrungswert und ein Schatz ist, den ich kennenlernen dürfte. Und da bin ich sehr froh darüber. Ich denke, der Erfolg liegt sicherlich daran, dass bei uns die Kinder in einer herzigen Atmosphäre im Mittelpunkt stehen, dass sich die Teams auf Augenhöhe mit den Eltern begegnen und wir ein schönes Miteinander einfach haben. Ein weiterer Erfolgsfaktor sehe ich sicherlich darin, dass wir zwar jetzt inzwischen 30 Jahre Erfahrungsschatz haben, aber wir auf die schnell sich verändernde Umwelt gut reagieren können und das auch noch auf kurzem Wege. Das macht richtig Spaß und bei uns ist bei DinkMIT nicht nur der Name da, sondern das ist auch Programm. Jedes Kind, jede Familie, jedes Team, jeder darf mitdenken. Vielen Dank. Danke. Bis zum nächsten Mal.